hallo meine lieben und herzlich willkommen zu diesem video heute gibt es einfach nur ein kleines um sie video mein süßer milan ist noch in ganz frischen sommersachen aber es ist sehr kalt geworden bei uns und deswegen möchte ich ihn heute umziehen und anziehen und er kriegt sein süßes mini maus set an einmal diese hose und dann zusätzlich dazu dann dieses body genau das werde ich ihm jetzt anziehen den kleinen mann mein strubel peter die haare sind auch ganz strubelig fangen wir mal an den kleiner mann so 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 Jetzt kämme ich den süßen Milan noch und dann werde ich die süße Talia Maus anziehen. Nein, mein kleiner Schatz. Mein kleiner Schatzi, hallo. Mein Süßer. Mein Süßer. Du bist ein kleiner Strubbel, sag mal. Du bist ein kleiner Strubbel, Mann. So, mein Schatz. So. Milan ist fertig. Ne? So. So, da ist meine kleine süße Talia Maus. Kleine Schnecke. Und die ziehen wir jetzt auch mal eben schnell um. Meine Maus hat ein neues Langarmbody an. Und das ist der Langarmbody zu dem H&M Set. Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht gezeigt, was die Maus antriegen soll. Sie sollen nämlich dieses H&M Set bekommen. Und zwar passend noch die Hose dazu. Das Set ist in Größe 50 und passt ihr demnach halt auch ihr Hoben richtig, richtig gut. Da bin ich richtig froh drüber. Das passt richtig, richtig gut. Jetzt tun wir noch dein Armbändchen mal richtig machen hier. So. Das hier drum machen wieder. Das Armbändchen finde ich übrigens immer noch richtig, richtig schön. Auch Milan hat ja sein Armbändchen an. Morgen dürft ihr euch auf ein separates Video freuen, wo ich euch ein wenig aufkläre, was es mit der blauen neuen Babywanne für den Bergsteiger auf sich hat. Und warum ich mich letztendlich für die Ergo Baby entschieden habe. Ich werde die kleine Maus jetzt noch schnell bürsten. Komm mal her, Schatz. Jetzt sind meine beiden süßen Mäuse ganz brave Babys. Aber nur so lange, wie Tante Tabitha und Oma nicht da sind. So. Talia Maus ist auch fertig. Jetzt zeige ich euch die zwei noch im Ganzen. Da ist der süße Milan Schatz mit seinem H&M Set, Mickey Mouse Set. Und hier ist die süße Talia Maus mit ihrem H&M Set. Das ist halt so ein Mini Kätzchen Set. Aber ich finde das steht hier unheimlich gut. Vor allen Dingen, das ist Größe 50 und das passt ihr richtig gut. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ja, ihr seht Fell. Fell. Hallo. Hallo. Jawoll schön. Hallo mein Schatz. Da ist wieder jemand auf die Babys am Aufpassen. Mein süßer Bär. Da ist meine süße Nala Maus, die mir ein bisschen Sorgen bereitet im Moment. Aber das kriegen wir auch schon hin, ne? Kleine Mutte. Genau. Und mit diesem Bild verabschiede ich mich jetzt wieder. Ich hoffe euch hat dieses kurze kleine Umziehvideo auch mal gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Morgen einen schönen Start in die neue Woche. Okay ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschau. Noch mehr Mal. Ich bin fertig. Ich bin fertig bei euch. Untertitelung des ZDF, 2020